Unsere Gäste verlängern gern ihre Kreuzfahrt an Land. Das führte dazu, dass wir Kontakt zu unseren Freunden bei Universal aufnahmen. Jetzt können unsere Gäste ihre Kreuzfahrt mit einem Landaufenthalt kombinieren und haben so die Möglichkeit, zusätzlich zur Kreuzfahrt die Universal Studios in Orlando mit großartiger Unterhaltung und tollen Hotels zu entdecken. Das ist wirklich eine tolle Partnerschaft. Gäste können viele unserer Bahamas- und Karibikkreuzfahrten mit einem drei- oder vier Nächteaufenthalt in den Universal Studios Orlando kombinieren. Neben der Kreuzfahrt sind im Paket dann die Eintrittskarten zum Park und das ausgewählte Hotel enthalten. Die Universal Studios verfügen über Achterbahnen, die Zauberwelt von Harry Potter und jedes Jahr kommen Neuheiten hinzu. Die Universal Studios erwecken das Filmerlebnis mit Simulationen zum Leben. Wenn Sie eine Kreuzfahrt mit einem Besuch in den Universal Studios kombinieren, erleben Sie das Beste aus beiden Welten und haben so mehr von Ihrem Urlaub. Es ist die perfekte Ergänzung zu einer Bahamas- oder Karibikkreuzfahrt.